Kennt ihr die Mötlingstraße, die Echstraße und die Puto-Promenade in Offenbach? Dann kennt ihr vielleicht auch die drei Partnerstädte, die dazu gehören. Mötling, Ech und Puto. Aber wie viel Europa leben wir eigentlich heute in Offenbach? Wo wird Europa in Offenbach konkret? Was war früher mal, was ist heute der Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften? Was bedeuten Werte wie Völkerverständigung oder Wirtschaftsinteressen in Europa? Wo kann Europa in Krisenzeiten, in Kriegszeiten helfen, unterstützen und wichtig sein? All das möchten wir am 7. Februar mit unseren Gästen diskutieren. Wir freuen uns auf die Diskussion mit Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke, politischen Gästen aus unseren Partnerstädten Esch-Söal-Zett und Mötlingen, die in den vergangenen Jahren im Bereich der Städtepartnerschaft aktiv waren. Ich lade euch herzlich zur Teilnahme an unserer Veranstaltung ein. Alle weiteren Infos zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung.